bojo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist jenakuse mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Mirage. So leute wir befinden uns in der Mission, wir müssen ja Ali ja aus dem Gefängnis rausholen und wir haben ja viele verschiedene Möglichkeiten wie wir ihn rausholen können also bis jetzt habe ich nur noch das hier gesehen und dann andere Möglichkeit also denn andere Möglichkeit den Händler kann ich nicht entscheiden weil ich diese entsprechende Münze nicht habe aber diesen Händler hier ja Abo lag nicht vergessen los geht's gehört ihr zu Ali ja aber wir haben ihn seit ich kenne dich Bessie sagte ich könne mit dieser Münze eure Hilfe erkaufen was sagst du wenn er sie dir gegeben hat muss er dich sehr achten wir werden uns um die Sachen kümmern beobachte genau und handel schnell für dich gibt's hier nicht auf die ja shut up Das war nicht schlecht. Ich könnte dich. Was geht in die Hose, was? Hier, gefällt mir. Nein! Wie soll ich jetzt da reingehen? Da. Ali muss irgendwo an diesem gottverlassenen Ort sein. Ich fange besser an zu suchen. Ich fange besser an zu suchen. Moment! Ach, scheiße. Jetzt bezahlst du! Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Oh, fuck. Ich verstümmel dich Stück für Stück. Ich offen tiens. Und meine Hose Du verriegelt Scheiße! Du verriegelt Scheiße! Okay, diesen Buster darf ich jetzt nicht in die Pferde kommen, weil der ist so stark! Wie soll ich das machen? Schleichen ist nicht so meins! Oh! 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 Bei den Göttern! Bei den Göttern! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Hey, was war das? Nächstes Mal kriege ich dich. Lass das Gesocks nur kommen. Was? Hier ist nichts. Scharmuta! Bleib bei mir! Lange Plaks! Findet den Hund! Verstanden! Ich häute dich, wenn ich da! Oh fuck! Augenblick! Schlotten! Erlöser Hund! Ja! 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 Oh! Oh! Das sind Langhaarigen gekämpft. Sie sind wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger. Aber das bin ich auch. Weißt du, es war nicht Sazard, der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich weiß! Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. Was für ein Leben, hm? Wir werden bezahlt, um rumzustehen und den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Was war das? Nichts? Na gut. Ich bin ohnehin immer wachsam. Was geht da vor? Seid bereit. Der Feind wurde hier drinnen gesichtet. Gut dann. Also zurück. Tja! Misstrauen hält uns auf Zack. Ich hab gegen ein paar dieser blassen Langhaarigen gekämpft. Die sind wild, aber geschickt. Was ist da los? Wenn ich ein Verbrecher wäre, ging ich uns auch aus dem Weg. Gut. Die Vorlesung des Meister Heirat wachsam. Wir haben einen ungewöhn... Ich bin ohnehin wachsam. Jeder kann mir, hast aber keinen. Wenn es Ärger gibt, sind wir so reich kommen. Wenn es Ärger gibt, sind wir so reich kommen. Komm jetzt her! Hab ich dir je erzählt? Die Schrauben sind gerissen. Die Feuerschleuder, die Well erwähnt hat, die gibt es wirklich. Hat mir aus 30 Ellen Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebrannt. Hab Schlimmeres erlebt. Beim Kampf mit dem Emir von Berger. 38. Hab ein Speer in den Rücken bekommen. Hatte großes Glück, doch ich lag den ganzen Winter im Bett. Ist da irgendwas? Komm her! Komm her einfach! Komm her! Komm her raus! Warten wir in Blut! Glaubst du, Nabil gewinnt dieses Jahr wieder den Ringkampf? Er wird älter. Und hast du den Körl aus Aschen gezogen? Ich hab den Helfer des Remirs beobachtet. Dieses Großmahl aus mir. Warte! Ich nagele Teile von dir an jedes einzelne Stadttor! Verschleichen die es nicht meins. Was? Was war das? Da könnte man sich verstecken. Ein Moment! Ja! Hast du dich versteckt? Hey! Hey! Was denn jetzt? Warte! Verschall für dein Jungs! Ja! Ach! Mach! Ja! Ach! 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 Hey, was ist da los? Okay, ich hab die. Okay, ich hab die. Ich hab die. Okay, der ist noch mehr unten. Okay, weiter. Okay, ich hab die. 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 Okay. Okay. Ich hab die. Okay, 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 ich hab die. Ich mach noch ein bisschen hell. Ist mir zu dunkel. Viel besser. Das muss Ali sein. Ich mach dich. Wer bist du? Basim, ein Freund Nurs. Sparen wir uns die Einzelheiten fürs Erste. Wir müssen dich hier rausbringen. Nicht so schnell, Azizi. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Khul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Khul als nächstes hin will. Ist das Grund genug für dich? Bleib dicht bei mir. Halt dich bedeckt. Und mach nicht... Ach komm, Basim. Ich kann mich verteidigen. Ach ja? Und womit? Versuchen wir uns nicht in die Quere zu kommen. Sag mir, Basim, denn ich muss es wissen. Wie hast du es hier herunter geschafft? Ganz leicht. Hab den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es als Kompliment. Ich weiß, dass deinesgleichen gern im Dunkeln herumtollt. Doch selbst der beste Dieb der Welt würde sich von diesem Gefängnis fernhalten. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Du machst es spannend. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Mutsu. Die Wachkammer ist hinter dieser Tür. 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 Ich muss es wissen. Wie hast du es hier herunter geschafft? Ganz leicht. Hab den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es als Kompliment. Ich weiß, dass deinesgleichen wir am Dunkeln herumtollt. Doch selbst der beste Dieb der Welt würde sich von diesem Gefängnis fernhalten. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Sie sind hier drin! Wir haben nicht viel Zeit. Brecht sie auf! Ali! Ich hab's gehört! Da drüben! Bei der Rüstung! Vereilung! Gefunden! Bring das zu Roshad, meiner Meisterin. Sie ist bei deinen Leuten an der Wassermühle. Ich halte die Wachen auf. Geh jetzt! Allah, gib mir Kraft! Scheint dir in die Hose, was? Da bist du ja! Das meins! Ach komm, schau... Ach komm, schau... Was soll ich jetzt raus? Hilf mir hier, Mann! Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus! Wo? Ich bin auch so schwach! Geh, raus, geh, raus, geh, raus! Ja, sag! Du kannst nirgendwo hin! Wir haben ein Geschenk! Schaff mich! Nein, komm zurück! Nein, komm zurück! Nein, komm zurück! Nein, komm zurück! Ich seh' dich! Oh, nicht der! Nicht der! Nicht der! Nicht der! Nicht der! Nicht der! Höh! Fick doch ją in der Sack! Mit dem Schwung um die Ecke. Wagala, ich verstopfst du! Oh! Das ist du ja! Ich ruf und erstopfst du! Oh! 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 Die Wachen sind weit auf der Suche nach mir. Bis sich das ändert, sollte ich nicht zu Alice stoßen. Das wäre zu gewagt. Die Steckbriffe müssen weg. Oh! 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 Ach komm, dieses scheiß Spiel. Ach komm, dieses Scheiß Spiel. Oh! 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 ok noch einmal und bei ihnen ja klar ja wachen hier ja 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 Hey, halt! Kommst du mit der Kampf vor? Ja, hier ist es. Die Wachen werden gut aufpassen. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Ich habe lange genug gewartet. Ich sollte Ali aufsuchen und sehen, was wir über Al-Khul erfahren können. Und das hier noch. Ich habe lang genug gewartet. Ich sollte Ali aufsuchen und sehen, was wir über Al-Khul erfahren können. Hier, mein Freund. Äh, jetzt? Schön, dich zu sehen. Schön, dich wieder zu sehen. Hier ist etwas für dich. Oh, reiche Ernte. Gute Arbeit. Wahr ansehen. Verkaufen, alles verkaufen, bitte. Dein Rüstzeug ist ein wenig... abgenutzt. Pass auf dich auf. Möge Allah uns wieder zusammenführen, Basim. Oh, ich kann mich euch werden. Ich bin gartern. Wie ist das für euch? this is doch mit dem Trailer? Ich habe nicht kurz gelesen. Ich bin gartern. Ich bin gartern. In der Verkauf. Ich kann cha sprechen. Ich bin gartern. Frieden, Tzadik. Sei gegrüßt, Zaid. Schauen wir mal, was du hast. Vieles ist frisch. Willst du deine Ausrüstung verfeinern? Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Sonst nichts? Nein, 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 nein. Ich gehe dann mal. Berehre uns wieder. Der Schleuder, die Uel erwähnt hat, die gibt es wirklich. Nachforschungen. Also Ali haben wir. Fertigkeiten. Nicht so wichtig. Ja, das ist mein wichtiger. Evental. Was ist das? Verbesserung. Verbesserung. Rätsel auf der Scherbe. Dingswurms. Tapsir. Kultex. 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 Aufträgeranzeigen. Das ist Darvish. Okay, dann gehen wir mal zur Bücherei. Oh. Oh. Oh, so so light. Was ist das hier? Richtig mit Ali. Ja, ich mach erstmal das Bücherei, danach werde ich dann einen Kacke haben. Ja. Ja, ich mach zum Schwerfischen. Ich kann nicht glauben, was ich... Gebo, Andasen Oh, ist hier. Aber leider nicht mehr da. Moment, ich bin gleich wieder da. Also, wir sehen uns gleich. So, wieder da. Ich mach mal, da ist so ein kurzes, kurzes Quest. Nein, Quatsch. Quatsch. Runter. Genau. Was hat das jetzt gebracht? Nix. Kann ich was zerstören? Das hier vielleicht? Ah, verstehe. Wie nett, dich blicken zu lassen. Und Feiertigkeiten hab ich auch noch. Ähm, gleich wie ein Fehler. Wie ist das die Schtöte? Bei der Anstieg, die die Schlörse. So, schmerzt die hmm?! Ich bin sehr sicher. Immer hab ich dich. Aber nein, du bist so süßen. Ich bin ganz schön. Was ist es? Ich bin ziemlich sicher. Hoffnung. Ich bin sehr sicher. ja, ja, ich will dich nicht Schnauze ja, 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 ja Nein, 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 nein Augeblick Ja, 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 ja Ein Moment Ich falle besser nicht auf So, komm So, warte geht's Mein Herz Ich könnte das Traktat für dich überbringen Und dann ist er noch mein lieber Sohn Heute haben wir uns gestritten So erbittert Ohne seine Vergebung kann ich nicht Ich hole ihn, damit ihr Frieden schließen könnt Nein, zuerst das Traktat Hilf mir es zu holen, bitte Das werde ich tun Mein Vater war Architekt Auch ihm hat ein Rivale den Ruhm streitig gemacht Mein Herz Und dann ist er schniedert Ohne seine Vergebung ist So, soll er erinnern Ja. Oh. Ja. Hm? Ja. Bis zum nächsten Mal.